Ich habe ein Paket bekommen und zwar ist es das Passaround Messer und jetzt habe ich es von dem Stefan. 1,2,3,3,2,1, ich nehme es mal schnell rein. Dieses toll aussehende Ding von Manly darf ich nämlich jetzt mal testen. Das hat der Dirk Wanger von Messer & Co zur Verfügung gestellt. Und um dieses Teil geht es. Feine Angelegenheiten. Feuerstahl ist dabei, der ein paar mal angeritzt worden ist. Ich werde das testen und dann werdet ihr mehr von mir sehen. Und tschüss.